Free2Play vs. Pay2Win Spieler in Brawl Stars Yes, let's go! Willkommen Brawl Stars! Ich hab richtig Bock, ich hab schon so viel über das Game gehört Ich hab jetzt schon so Bock einfach das Game kennenzulernen Die Mechanics zu lernen Und vor allem natürlich auch Brawl Tips anzuschauen Und einfach so richtig geil den Skill rauszuholen Und ja, einfach das Spiel kennenzulernen Und meinen Spaß zu haben So, wie lautet der Name? Direkt mal Jonas Free2Play So, richtig geil, wir haben jetzt nur Shelly Aber wir sehen hier schon im Trophäenpfad Ich kann richtig viele Brawler freischalten Oh mein Gott, ich hab wirklich so Bock darauf Da richtig rein zu crimpen, es wird geil werden So, let's go! Brawl Stars, ich hab richtig Bock Die größte Frage ist Wie kann ich direkt meine Geldvorteile ausnutzen Um jeden Spieler richtig fertig zu machen Ich bin so gespannt Junge, was ist das denn jetzt? Was ist das für ein Tutorial? Wen interessiert das? Ich will reinpainen Alter So, du bist ein Naturtalent Wir können loslegen Let's go, endlich reinpainen Ja man So, Boss Player 3000 Let's go Ich muss schon wieder spielen Ich will reinpainen jetzt Was ist das denn? Oh mein Gott So, endlich im Spiel Aber wir haben nur einen Brawler Wir haben nur Shelly Wo sind die ganzen Brawler? So, zack Erstmal 50.000 Gems aufladen Los geht's So, zack 10.000 20.000 Ah, komm 30.000 Hier auch noch 40 So, 50.000 Gems Ich glaube jetzt Bin ich schon mal ein bisschen ausgerüstet Für den Anfang So, jetzt habe ich hier schon mal Shelly auf 100 Trophäen gepusht Und ich habe sogar Nita freigeschaltet Oh mein Gott Und jetzt bekommen wir direkt schon mal Cold im Trophäenpfad Dafür habe ich ungefähr 20.30 Minuten pushen müssen Ging relativ schnell Aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall Vielleicht haben wir auch Glück Und ziehen direkt noch einen Brawler Oha, let's go Jetzt haben wir hier auch direkt ein paar Stufen in Brawlers freigeschaltet Den Brawlers kann ich natürlich noch nicht leisten Aber let's go Vielleicht haben wir Luck So, oh wir haben direkt was Yes, ein neuer Brawler Wir haben einfach den Boxer Einen seltenen Oha, Junge Richtig geil So, dann mal rein in die Megaboxen Mit den 50.000 Gems Let's go Oh, in den blinken eine 2 Okay Let's go Komm, erster Brawler Direkt Oh, Junge Ein seltener Was juckt mich das Alter Unnötig So, jetzt aber 6 verbleibende So, 3 sind noch übrig Let's go Komm, jetzt aber Jetzt irgendwas Gutes Ich will mindestens ein Mythischen Ansonsten ist alles Schmutz Oh, wir haben 2 Okay Ja, das ist schon mal ganz in Ordnung Komm Oh, Junge Was für Boxerin Egal, komm, der Zweite Der Zweite Ein super seltener Was Zwei Brawler Die jucken mich gar nicht Ich will doch eh nur die Mythischen Und die Legendären Oh mein Gott, Junge Die 30. Megabox Schon 3000 Gems weg Was ist das bitte Junge, geht doch Mythischer Ja, aber ganz ehrlich Also ich finde, ich hätte schon den ersten Legendären Mal ziehen können langsam Also für das Geld Yes, ich habe endlich die 15.000 Trophäen erreicht Ich habe richtig lange dafür eben pushen müssen Ich bin extrem stolz Das die erreicht zu haben Wir sind jetzt auch eigentlich echt gut vorangekommen Klar, ich habe schon auch einige Star-Power-Sketch Jetzt ein paar fehlen mir noch Natürlich wäre es ganz cool, wenn ich da noch ein bisschen was ziehen würde Nur leider fehlt mir immer noch der erste Legendäre Brawler Also das wäre eigentlich so mein größtes Ziel So als Brawl Stars-Spieler Einfach mal Lack zu haben Und den allerersten Legendären zu ziehen Mal schauen Vielleicht habe ich irgendwann mal Glück Und es wird passieren So, let's go Das war endlich der erste Legendäre Ich habe schon 30k Gems weg Junge, wieder so ein roter Brawler Was juckt der mich? Was ist das denn jetzt? Ich habe schon 17.000 Gems ausgegeben Ich habe nicht mal einen Legendären Was ist das denn? Noch ein Gadget Was ist das denn? Mein Gott, Junge Das ist so ein dummes Spiel Oh, Star-Power Egal, juckt nicht Jetzt, komm, rein Gadget Okay, komm, jetzt Alter, wurde auch mal Zeit, Alter Der erste Legendäre nach 30.000 Gems Oh mein Gott Also, ich bin echt enttäuscht mit dem Spiel Mir fehlen immer noch vier Legendäre Was ist das denn? Wofür gebe ich das ganze Geld überhaupt aus? Ah, der zweite Also wurde auch echt mal Zeit Aber ganz ehrlich Also, ich bin immer noch schwer enttäuscht mit dem Spiel Also, das kann man echt nicht geben So, die zweite blink Let's go Ich habe nur 5.000 Gems übrig Aber, das geht noch So, Gadget, komm Jetzt aber Ja, Mann Ey, wurde auch mal Zeit Das ist der fünfte Legendäre Ich bin trotzdem enttäuscht Also, ganz ehrlich Ich habe so viel Geld ausgegeben Es hätte auch schon ein bisschen schneller gehen können Ganz ehrlich So, zack Hier, alle Burler freigeschaltet Außer die Meilensteine Die jucken eh nicht Für die muss ich relativ lang zocken Mir fehlen immer noch Star-Powers und Gadgets Was ist das denn? Ey, also so ein Mist Ich meine, wofür pay ich überhaupt rein Wenn ich nicht immer alle Star-Powers ziehe Unglaublich So, ich habe inzwischen immerhin 106 Juwelen angespart Ich habe mir wirklich schon zweimal den Brawl Pass kaufen können Zum einen habe ich den Surge Brawl Pass gekauft Zum anderen habe ich sogar den Roughs Brawl Pass gekauft Und sogar den Rolling Rough Skin bekommen Das war richtig cool Und nächste Season bekomme ich wieder den Pass Dafür muss ich noch ordentlich sparen Aber so lange kann ich mir auch die Free-to-Play-Belohnung gönnen Und damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden Oha Neuer Brawl Pass Ich kann, naja, direkt den Brawl Pass kaufen Aber ich würde sagen Zack, da kaufen wir uns direkt eigentlich die 10 Stufen 250 Gems Ich könnte jetzt auch freispielen Aber ich habe doch jetzt keinen Bock zu zocken Ich will direkt den ganzen Brawl Pass öffnen Also Guck mal hier, was ich alles ziehen kann Ich kann auch Geld bekommen Ganz ehrlich Die paar Gems habe ich noch auf meinem Konto So, let's go 30 Gems pro Stufe Ey Junge, ich habe so lange jetzt darauf drücken müssen Um diesen ganzen Brawl Pass freizuschalten Ey, das ist echt schon eine ziemliche Zumutung Finde ich für so einen Spieler Erstmal brauchst du es schließen So, da haben wir jetzt auch den neuen Brawler Gale Den nehme ich auf jeden Fall jetzt auch hier mit Let's go Ja Sieht ganz cool aus Ja So, noch ein paar Boxen sind drin Okay Ja, ist ganz in Ordnung Und nur noch der Händler Gale Skin ist ja jetzt drin Okay, mal schauen Junge, zwei Skins und einen Brawler Ey Wofür habe ich überhaupt jetzt die ganze Zeit aufgewendet? Und den Tisch Ich habe jetzt richtig lang gepusht und kann vielleicht endlich meinen ersten Brawler Auf 600 Trophäen pushen mit Shelly Let's go Ich bin so gespannt So, let's go Ich muss jetzt nur eine Trophäe holen Das muss ich schaffen Oh, knapp Oh, let's go Zack, let's go Da ist der erste Platz Richtig geil Es hat sehr lang gedauert Ich musste sehr viel in den Soloshow Und gründen Aber da sind zum ersten Mal meine 600 Trophäen Mit einem Brawler So, let's go Jetzt haben wir hier Edgar Natürlich mit maximalen Level Auf 117 Trophäen Okay Ja, Star Power Gadget auf jeden Fall am Start Ziemlich wichtig Ähm, let's go Gehen wir mal Solo direkt Let's go So, also eigentlich kann ich viel schief gehen Ich drücke schon mal direkt mein Gadget Hol hier die Kisten weg Und sowieso Ich bin ungefähr so 10 Level über den anderen drüber Weil die meisten sich halt gar nicht leisten können Star Power und Gadget zu haben Erbärmlich Ich würde sagen Wir holen uns erstmal hier den Poco direkt Ah, let's go Easy, let's go Direkt wieder Gadget drücken So, die Kiste hier Ah, die können wir eigentlich was stehen lassen So Wir ignorieren eigentlich die meisten Gegner Und jetzt jumpen wir einfach direkt Auf die Gegner drauf Weil hier sowieso keine Chance haben Sich zu wehren Na gut, wir können wir mal ignorieren hier Let's go Ja, auf den Boxer hier drauf Zack Komm, let's go Komm, komm, komm Ja, nur eine Trophäe plus Aber, also einen Versuch Einen Versuch mache ich noch Ansonsten ist mir echt zu anstrengend So, let's go Das lag an der Sonnenbrille Die hat mir die Sicht verdeckt Jetzt soll es deutlich besser werden Komm, komm, komm Let's go Ah, komm Nein, nein, nein Egal, wir jumpen weg Oh, ha Ha, hast du gedacht Habe ich nicht noch gesaved Keine Chance, Junge Okay, Gadget Komm, komm, komm Minus 2 bekommen wir dafür Was ist das denn? Also ganz ehrlich Dieses Pushen Das ist mir ja viel zu anstrengend Da brauche ich das Skill für Da muss es doch irgendeine Lösung für geben Ja, man Die letzten Sekunden Richtig geil Da haben wir ihn doch Meinen ersten Rang 35er Ich habe einfach zwei Pros bezahlt Dass sie mir helfen Und das ist überhaupt nicht schwer Zack, Rang 35 Kann jeder schaffen Ganz ehrlich Oh mein Gott Ich habe acht Verbleibende gezogen Ich glaube es nicht Let's go Ich hoffe, ich bekomme einen Brawler Komm, jetzt bitte einen Brawler Oder wenigstens Ja, Tara Gadget Richtig geil Das ist übel Okay, das Gadget Ja Nein, die Gadget Komm, jetzt wird er ein Brawler Schade Aber immerhin drei Gadgets Mega geil So, let's go Nächste Megavox Was kommt? Zehn, Junge Geil So, die fünf blinkt Mhm Gadget Nehme ich mit Noch ein Gadget Okay Ja Ah, okay Ja, drei Brawler Sind ganz in Ordnung Mhm Ah, noch Tara Ich hätte mir jetzt eher zwei Legendäre gewünscht Aber ist in Ordnung Ah Und Sandy Ich hätte mir eher Leon gewünscht Aber ist auch Ist in Ordnung Ist in Ordnung So, let's go Ich hab mir endlich meinen richtigen ersten Skin kaufen können Mit dem Brawl Pass Und zwar Revolverheld Cold Der Skin sieht richtig cool aus Ich hatte bisher nur einen einzigen Skin Und zwar den Magier Badeskin Den hab ich bekommen Weil ich die Supercell ID habe Aber jetzt bin ich richtig stolz darauf Dass ich auch einen zweiten Skin habe Und vor allem ist der Skin auch richtig cool Leider hab ich nur elf Gems jetzt übrig Und kann natürlich keinen weiteren Skin leisten Aber sowieso die Gems Die muss ich halt eh immer für den Brawl Pass sparen Alles andere wär halt viel zu viel und dumm Die Gems rauszuhauen So, let's go Wollen wir mal schauen Welchen Skin wir heute spielen Alter Digga, was ist das denn? Die hab ich alle schon mal gespielt Ey, das ist ja richtig langweilig Ich geh mal hier zu Shelly Digga, Stargold Shelly Wen juckt denn das? Also ich muss echt sagen Meine Skins enttäuschen mich teilweise schon ziemlich Noch PSG Mike Nein, 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 nein Virus 8-Bit Nee Okay, nee Junge Lord Spike ist ganz in Ordnung Aber ich mag die anderen Spike-Skins auch ganz gern Aber irgendwie Ganz ehrlich Also es gibt's ja nicht Mir fehlt ein neuer Skin Ich kann mit den ganzen alten Skins gar nichts mehr anfangen Oh, okay Jetzt haben wir hier einige neue Skins im Shop Also welchen soll ich mir jetzt kaufen? Let's go Einfach alle Let's go So, der Nekubi-Skin Zack Und dann noch den Gold-Nekubi-Skin gekauft Richtig gut Natürlich mit Creator Code Jonas Ganz wichtig Und ich muss aber ehrlich sein Ganz ehrlich Ja, also wenn ich mir die Skins so anschaue Ich glaube, ich spiele doch lieber Mega-Käfer-B Ja, ist doch ein besserer Skin Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn dir das Video gefallen hat Kannst du gerne ein Abo dalassen Oder auch bei meinem E-Sports-Team vorbeischauen Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips Hier sind noch zwei weitere Video-Vorschläge Schau gerne vorbei Und schau Schau gerne vorbei